Ich bin hier im dm und dem wird eben eine echt coole Aktion für unsere lieben Tiere. Let's go! Also dm wird momentan so eine richtig coole Aktion für Tiere in Not. Und ja, wäre prima, wenn ihr hier ins dm kommt und bei dieser Aktion mitmacht. Dann müsst ihr einfach nur halt eben einen Zettel euch nehmen. Ist kostenlos natürlich. Ja, damit könnt ihr auch für die Zukunft für unsere Tiere was tun. Also ich, ich mach mit. Ich muss einfach hier so einen Sticker abmachen. Dremelarbeit zwar, aber okay. Aber das ist die Mühe wert. So, dann ist es ganz simpel hier. Dann diesen Sticker dann hier. Auch für die Tiere mich einsetzen. Total cool. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei dieser Aktion auch mitmachen würdet. Auf jeden Fall ist es echt total cool. Und viel Erfolg und viel Spaß mit den Dingen, die ihr macht. ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020